Hallo und herzlich willkommen bei outlet46.de. Nach einer kleinen Störung geht es hier einfach noch mal los mit den Deals des Tages hier im neuen Jahr. Wir möchten euch wieder begrüßen, auch 2018 wird es weitergehen wie 2017 und wir haben heute folgenden Artikel für euch parat. Wieder einmal das bewährte Tom Taylor College Sport Parfüm hier in zweier Vorteilspack, also ihr haltet das Parfüm jeweils zweimal. Insgesamt 60ml für 9,99€ anstatt für 25,80€. Schaut bei uns auf der Internetseite vorbei auf www.outlet46.de. Dort findet ihr unter anderem auch diesen Vorteilspack von Tom Taylor. So, wir machen dann weiter mit Kammik. Das heißt, wir haben hier einmal einen Kammik Winterstiefel für Kinder für 54,99€ bei uns im Shop. Ihr spart mit diesem Winterstiefel für Kinder 25€. Ein klassischer Winterstiefel mit robuster Sohle, Gummi-Außensohle und hier für die beste Aktion eine robuste Außensohle mit Klettverschlusssystem und zusätzlich zur Verstärkung hier ein Gummizug. Weich gefüttert, auch gut gepolstert, mit Fersenverstärkung aus Gummi. Schaut bei uns vorbei. Dieser Winterstiefel für Kinder ist wetterfest bis minus 40 Grad. Einmal von Kammik in vielen verschiedenen Größen bei uns erhältlich. So, und hier geht es jetzt einmal weiter mit Pierre Cardin Boxershorts im 6er Pack. Das heißt, ihr kriegt in jeweils zwei verschiedenen Farben A3. Dreimal dieselbe Farbe. Das heißt, hier haben wir jetzt sechsmal blau. Für 24,99€ erhältet ihr sechs Boxershorts in einer Farbe. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einmal blau. Und dann hätten wir dasselbe noch einmal im 6er Pack in schwarz und in grau. Aufzufinden auf www.autret46.de. So, wir machen jetzt weiter mit Laura Scott. Da haben wir jetzt hier einmal einen Strickpullover von Laura Scott in braun. Hier unten mit einem leichten roten Tonübergang. V-Ausschnitt. Und diesen Pullover erhaltet ihr bei uns für 7,99€. Hier, wie man schön wunderbar sehen kann, ein klassischer Strickpullover für Damen mit einer verlängerten Rundenpartie. Auch bei uns auf der Internetseite zu finden. Und natürlich auch in verschiedenen Größen erhältlich. So, dann hätten wir jetzt hier einmal Sweet Scale Pots. Haben wir hier eine Stretch Jeans. Das heißt, diese Jeans hat einen hohen Elastalanteil. Hier in diesem Fall von 5%. Hier haben wir die Jeans einmal von hinten und einmal von vorne. Diese Jeans erhaltet ihr bei uns für 12,99€ nur. Das heißt, wir haben dabei einmal hier die Jeans mit klassischem Tunnelzug zusätzlich. Mit Reißverschluss und Knopf. Und das hier ist, wie es halt für jede Jeans, wie es halt für jede Jeans üblich ist, ein Five Pocket Modell. Das heißt, 5 Taschen, 3 vorne und 2 hinten. Diese Jeans erhaltet ihr bei uns für 12,99€. Auch auf www.outlet46.de. In einem klassischen Blau. Hier geht es jetzt weiter mit Rich & Royal. Für Damen ein T-Shirt, also ein Statement T-Shirt mit Spruch drauf und kleinen Strasssteinchen. Und hier mit typischem Rundheitsausschnitt. Auch mit leichtem Glitzereffekt. Für 3,99€ gibt es dieses T-Shirt für Damen bei uns. Ihr Spartan kauft diese T-Shirts 45€. Das heißt, ein echtes Schnäppchen. Ein T-Shirt für Damen von Rich & Royal. Wir gehen jetzt weiter und machen nochmal weiter für die Herren. Da haben wir jetzt hier als Beispiel ein Overall in Blau. Wir haben verschiedene Overalls bei uns, also in verschiedenen Farben. Hier mit Reißverschluss. Auch hier mit Reißverschluss auf beiden Seiten. Ein Kettkragen und extrem pflegeleichter Stoff. Dieser Overall ist von Tristats Kansas. Und ihr haltet diesen Overall für 9,99€. Also nicht nur diesen Overall, auch die anderen Overalls in verschiedenen Farben. Hier jetzt noch einmal in Blau. An einer von der Rückseite. Auch mit zwei zusätzlichen Taschen hinten. Und wie gesagt, in verschiedenen Farben bei uns erhältlich. Je nach Geschmack denke ich, ist für jeden eine Farbe dabei. Wie gesagt, für 9,99€ gibt es diesen Overall bei uns zu kaufen. So, wir machen hier einmal jetzt zu guter Letzt weiter für die Damen Ashley Brooke. Ein Cocktailkleid oder auch ein Spitzenkleid in schwarz. Hier haben wir auch einen weiten Rundhaltsausschnitt. Und hier einmal mit ebenen Verziehungen. Und das Muster passt sich ideal der Farbe an und passt auch wunderbar zu Abendveranstaltungen. Je nachdem welchen Geschmack dieses Kleid hier trifft. Ich denke, da kann man auch nicht viel verkehrt machen bei Ashley Brooke. Hier noch einmal von vorne anzusehen. Für 9,99€ anstatt für 69,90€ findet ihr auch dieses Kleid bei uns im Shop. Das war's dann für heute. Ich hoffe, jetzt war für jeden was dabei. Ansonsten schaut gerne nochmal weiter in unseren Shop. Bei www.outet46.de. Das waren jetzt die Deals des Tages. Und natürlich findet ihr auch viele weitere günstige Artikel bei uns im Shop. Ansonsten sehen wir uns dann morgen wieder. Und wir freuen uns auf Euch.